Weißt du was? Du bist ein richtiges Arschloch. Berater, Verträge, Event, Honorare, Werbung. Wer war eigentlich der Mann, der gestern Abend die ganze Zeit um Sie herum war? Meinen Sie jetzt den Herrn Tilt? Ja, genau. Tilt. Er ist Produktmanager eines Buchverlages und möchte demnächst eine Weinsammler-Edition herausbringen. Ich soll dafür schreiben. Dann hat er ja großes Interesse daran, dass Sie gewinnen. Dem Mann kann geholfen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017